Auch bei Yannick hat sich eine Menge Druck angesammelt. Allerdings war es Leidensdruck. Wegen der Endlos-Geschichte mit Lena. Vielleicht ist das für dich gestern auch nicht so leicht, oder? Ja, für mich war es halt alles andere als leicht irgendwie. Ich habe gestern Abend dann auch noch mal so eine Seite an Lena kennengelernt. Ich kannte die halt noch nicht so, ne? Und das hat mich so überrascht einfach. Dass du es dir gemocht hast, das hat ja jeder gesehen. Das ist jetzt nicht so, also das kauf ich dir auch ab. Ja, aber nur ist sie weg und Yannick kann einen Neustart wagen. Mit Badeschwein-Fan Selina. Nach einem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Und jetzt kann man sich hier, glaube ich, wieder so ein bisschen auf das Wesentliche fokussieren. Und das ist halt hier jemanden kennenzulernen. Ich habe die Selina, die ich im Moment kennenlerne. Ich muss halt noch schauen, ob der Funke wirklich überspringt. Aber du bist mit dir auf jeden Fall so im Reinen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das in meiner Vergangenheit auch schon erlebt, dass viele Frauen halt wirklich noch so Sachen verarbeiten müssen, aber sich trotzdem schon so auf das Nächste einlassen. Ja, nicht nur Frauen, auch Männer. Das wäre eben jetzt neu. Ja, ich finde, es ist halt auch ein Unfall gegenüber den anderen, so, ne? Ja. Also, man muss schon so mit sich im Reinen sein und den Leuten dann halt auch wirklich eine reelle Chance geben, ne? Ja. Soweit die Theorie. Ich lerne hier auch wirklich eine ganz andere Seite an mir kennen, ne? Also, das ist wirklich... Ja, klar. Ich bin auch ein recht emotionaler Mensch. Ja. Und lasse das dann auch gerne zu, ne? Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich hier auch komplett öffnen kann. Ja. Was ich auch gut finde. Ja. Ja, ich wollte es noch auch mal sagen. Isabel und Dennis gehen im Gegensatz zu den beiden Beziehungstheoretikern, Yannick und Selina, lieber den praktischen Weg. Und zwar mit klassischer Handarbeit. Es kann so einfach sein, wenn man es halt einfach macht. Weißt du, was ich gerne hätte? Hm? So, mein Wunsch war das, so eine Traumvorstellung, dass ich hierher gehe, so eine eigene Love-Story habe, auf Band, und dann habe ich so meinen eigenen Film, den ich immer wieder angucken kann. Ist voll schön, oder? Ja. So mein eigenes Märchen, mein romantischer Film. Warum romantisch? Romantik. Dann brauchst du nur ein Abo von TV Now. Dann kannst du Love Island immer gucken. Ich mache dir einen guten Preis. Mit Mitarbeiter-Rabatt. Wie wäre es? Man darf nichts überstürzen. Ja. Das ist meine Meinung. Ja. Ja, ja. Aber auch andersrum, man darf sich nicht zu viel Zeit lassen. Ja. Ja, ja. Ich finde, man muss der Liebe immer eine Chance geben. Ja. Ich wäre jetzt auf jeden Fall bereit, jemand Neues kennenzulernen. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass Yannick jetzt gerade nicht bereit ist, jemand Neues kennenzulernen. Dass er da noch so eine Blockade hat und das halt sich irgendwie vielleicht auch nicht selber eingestehen möchte. Oder sich auch überhaupt darauf einlassen kann. Ja. Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020